Hey Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Da Schauspieler oft horrende Summen verdienen, dachten wir uns, wir schauen uns heute mal gemeinsam die 10 bestverdienendsten Schauspieler an. Viel Spaß beim Video. Auf Platz 10 landet Chris Evans. Chris Evans hat keine Lust mehr auf die Lizenz zum Gelddrucken. Der beliebte Darsteller von Captain America hat sich aus dem Marvel Cinematic Universe verabschiedet, aber nicht ohne die Top 10 zu knacken. Evans verbesserte sich mit 43,5 Millionen Dollar von Platz 11 auf Platz 10. Sofia Vergara hat es auf unseren 9. Platz geschafft. Im vergangenen Jahr hat es nur eine Frau in die Top 10 der bestbezahlten Schauspieler weltweit geschafft. 2019 waren zwei Frauen vertreten. Modern Family Star Sofia Vergara eroberte mit 44,1 Millionen Dollar Platz 9 der Liste. Das war umso mehr ein Kunststück, als es die Darstellerin 2019 es nicht einmal in die Top 10 der bestbezahlten Schauspielerinnen geschafft hatte. Vergara hat laut Forbes gut für das beschlossene Ende von Modern Family vorgesorgt. Die Schauspielerin verkauft Jeans und Möbel unter ihrem Namen. Unser 8. Platz wird von Scarlett Johansson belegt. Scarlett Johansson baut ihren Status als bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood aus. 2018 kam sie in der Forbes Liste auf Jahreseinnahmen von 40,5 Millionen Dollar. 2019 waren es bereits 56 Millionen Dollar. Dafür sorgte zum einen der geplante Solo-Film zu Johansons Avenger-Heldin Black Widow. Die Schauspielerin bewies laut Forbes auch Verhandlungsgeschick und soll 5% des Gewinns am Blockbuster Avengers Endgame erhalten haben. Platz 6 teilen sich zwei Schauspieler, nämlich einmal Adam Sandler. Adam Sandler ist einer der wenigen Schauspieler dieser besten Liste, die noch nicht Teil der Marvel-Maschinerie sind. Dafür hat der Komiker einen lukrativen Deal beim Streaming-Dienst Netflix an Land gezogen. Für ihn ging es drei Plätze nach oben. Sandler teilt sich den sechsten Rang aber mit Bradley Cooper. Bradley Cooper, der ist zwar als Stimme des grießkrämmigen Waschbären Rocket, Teil des Avenger-Universums. Dieser Job machte laut Forbes aber nur ungefähr ein Zehntel der Jahreseinnahmen von 57 Millionen Dollar aus. 70% habe Cooper mit seinem Regie-Projekt A Star Is Born mit Lady Gaga verdient. Platz 5 der bestverdientsten Schauspieler ist Jackie Chan. Jackie Chan lässt sich nicht von den Avengers das Wasser abgraben. Der Kinostar aus Hongkong steigerte seine Jahresbilanz von 45,5 auf 58 Millionen Dollar und konnte damit Platz 5 im Gesamtranking halten. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Das hilft uns wirklich weiter. Vielen Dank. Knapp das Treppchen der bestverdientsten Schauspieler verpasst hat Akshay Kumar. Bollywood-Star Salman Khan hat es in diesem Jahr nicht mehr auf die von Hollywood dominierte Top 10 geschafft. Kollege Akshay Kumar konnte hingegen seine Platzierung verbessern. Der indische Schauspieler kletterte mit einem Jahresgehalt von 65 Millionen Dollar vom siebten auf den vierten Platz. Die Bronze-Medaille der bestverdientsten Schauspieler geht an Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. hat sich zwar mit Avengers Endgame von Marvel verabschiedet, aber die Rolle als Iron Man zahlt sich weiterhin für den Schauspieler aus. Er ist laut Forbes mit stolzen 8% am Gewinn des letzten Blockbusters beteiligt worden. Das Jahresgehalt von 66 Millionen Dollar fiel zwar deutlich geringer als im Vorjahr mit 81 Millionen Dollar aus. Dennoch reichte es für Downey Jr. erneut für Rang 3. Denn 2018 hatte ein Ausreißer an der Spitze die besten Liste etwas verfälscht. Der zweite Platz geht an Chris Hemsworth. Chris Hemsworth hat 2019 Robert Downey Jr. als bestbezahlter Schauspieler bei den Avengers abgelöst. Der Tor-Darsteller steigerte laut Forbes sein Einkommen von 64,5 auf 76,4 Millionen Dollar. Trotzdem reichte es nicht für den Spitzenplatz. Denn diesen Spitzenplatz sicherte sich Dwayne Johnson. Dwayne Johnson allein kann Marvel-Einhalt gebieten. Der Actionstar wurde 2019 offiziell zum bestbezahlten Schauspieler der Welt gekrönt. Der Titel hatte ihm eigentlich schon 2018 gebührt. Allerdings machte ihm George Clooney dank der 239 Millionen Dollar aus dem Verkauf seiner Tequila Marke einen Strich durch die Rechnung. Johnson triumphierte nun mit den Einnahmen von 89,4 Millionen Dollar. Dabei half laut Forbes sein persönlicher Gagerekord von 23,5 Millionen Dollar für seinen nächsten Jumanji Film. Hinzu kommen 700.000 Dollar der HBO Serie Ballers sowie lukrative Deals für Bekleidung, Schuhe und Kopfhörer. Welcher der gezeigten Schauspieler ist euer Liebling? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Das war es auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von tägliches Wissen.